Ah! Ah! Eifer! Ich glaube, er wird auch langsam müde. Aber es ist so. Weil dann ist die Situation, da müssen sie keine überschüssige Energie loswerden. Dann ist es, ich sag mal, ehrlicher oder neutraler oder so. Es geht wirklich nur um das, worum es geht. Worum geht? Ich muss jetzt mal mit ihr kampeln, weil mir war langweilig. Kann man? Ja! Nicht, bitte! Ja! Ja, 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 komm mal! Ja, reise! Ja! Ich freuge! Ja! 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 Herr Krio hat sich mit dem Holz gewichen. Hm. Pssst! 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 Pssst!